An alle kranken Kinder. Ihr seid nicht allein. Wir haben hier die besten Ärzte und unterstützen ihre Arbeit. Wir haben für euch ein buntes Krankenhaus gestaltet, in dem ihr euch wohlfühlen und spielen könnt. Wir kaufen medizinische Geräte extra für Kinder. Wir tun alles, damit es euch gut geht, weil ihr uns wichtig seid. Wir sind eure Eltern, eure Freunde, eure Nachbarn, eure Stadt, eure Region.